hallo alle zusammen willkommen willkommen so lasst uns doch mal gucken marcel übrigens marcel ist auch da ja lass uns mal gucken was wir für unsere uhr wissenschaft jetzt inzwischen schon alles bekommen können wäre doch echt cool wir haben ja einiges gesammelt weißt du eigentlich was mir gerade eingefallen ist wir sind in der hecke gewesen und haben uns doch ein boogie chip geholt beziehungsweise ja jetzt sollte ich dir mal gucken dass sie nachgeben können sehr geil was schönes ich habe ein boogie chip geponiert voll gierig das ist die Hedge superchip forgive me i forgot to mention the nasty spiders before i send you up there i hope they were not too much trouble haha i am feeling much more like myself take it from me there's nothing quite like a reverse lobotomy thank you hmmm gut ok wieso haust du denn das ist auch voll nett hier guck du denkst du doch selber was denn was können wir uns denn jetzt hier holen was befestigte basen beste basen sollten wir eigentlich haben oder die verbesserung fackel verbesserung die werger mehr geschossig basen ja doch mehr geschossige basen ist eine gute idee kaufen und befestigte basen jawohl so jetzt haben wir noch 3360 ja auch eben sparen man man ja es gab es genau den sollten wir für 5000 dann später weiter rutschen warum ja es gab es gerne sind doch nur links hier für die armbänder so ja klar wenn wir nun haben wir liegen mit du wissenschaften in der nähe entdecken kannst ja ja gut aber sei rutschen sollten wir auf jeden fall haben ja denn den für die monare finden der ist ja dann ja auch alles klar gut aber ansonsten wir haben es dunkel wir sollten mal ein bisschen gehen würde ich sagen doch schon eine geile idee was den bürgel gerade gehört ist ein lustiger der bürgel gerade ist ein lustiger geworden schnauze hinter mir was war doch gar nicht wo mir ist sie ex sau hinter mir hinter mir hilfe Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Ich versuche, dass du nicht fühlst. Es geht für Molekulär Reduktion. Spacer ist prime. Wo du gehst? All deine Worte werden so klein. Ich bin weggegangen. Das war ein 10er Traum. Jetzt haben wir ein Schmerz. Was ist weiter? Ich erinnere mich. Ein Logo. Und ein Spacer. Was ist das alles? Vielleicht Bergl weiß mehr was da passiert.